Hallo Herzchen! Dieser Halunke! Wenn ich ihn je wieder in die Finger bekomme, dann bringe ich ihn um! Von wem redest du? Er hat mich betrogen, dieser Schwätzer! Redete über sein großartiges Schiff und seine starken Arme! Naja, starke Arme hat er wirklich! Aber er ist abgehauen, ohne zu bezahlen! Katze hat das Geld, das er mir schuldet, von meinem Gehalt abgezogen! 150 Dukaten! Weg! Ich könnte dein Geld bei ihm eintreiben! Du bist eine edle Person! Ach, gäbe es doch mehr von deiner Sorte! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Tut mir leid, hier gibt's keine Arbeit für dich. Die Mädchen können sich um alles kümmern. Zu schade. Leb wohl. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Halte ein! Tötest du mich, werden viele andere meinen Platz einnehmen. Also denke gut nach, bevor du deiner Entscheidung fällst. Ich werde jeden Einzelnen in eurer Brut vernichten. Da ist... Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Was ist passiert? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.